Okay, es ist halb elf im Zoo Hannover und Eichhörnchen, Eichhörnchen, Erdhörnchen machen chill out. Besonders er ist niedlich, er wurde gerade schon mit Sand bedeckt. Und wir machen jetzt eine Sambesi-Bootstour. Bestimmt schaufelt er ihm gerade das Grab. Okay. Oh, ist eigentlich niedlich. Na, was ist los? Und da ist er wieder. Jetzt genug geschlafen. Okay. Bis dann. Tschüss. Tschüss.